Sie merken in den politischen Diskussionen, dass ich einfach aufgewachsen bin. Also mega happy, aber einfache Verhältnisse. Es ist mega nicht normal, dass man zur Uni geht. Die Uni ist teuer, das muss man zahlen. Schon nur der Gimmer ist sehr teuer. Ich bin mega froh, bin ich aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin. Ich möchte es nicht anders haben. Ich bin Talina Murano, ich bin 27, ich bin von Wern. Ich habe Jusk studiert, in 2012 habe ich angefangen. Jetzt mache ich die Anwaltsprüfung. Ich bin im Stadrat seit dem Januar 2021. Und in der Parteibeiträte bin ich vielleicht Ende 19, Anfang 20. Es gab Masterabschluss 4. Das war noch speziell für mich, wenn meine Eltern zum ersten Mal an ein Feier kamen. Bei mir kommen immer alle, wenn es etwas gibt. Dann kommen alle Tanten und Grossmütter und Zeug und Sachen. Das war eine riesige Sache, weil ich dann ein Diplom hatte. Und es war so schön, weil es war meine Familie in einem mega universitären Umfeld. Und es passt mega nicht, aber es war so schön, es war so herzlich. Ich habe dann ein Selfie gemacht mit dem PVK. Ich habe ein mega grosses familiäres Umfeld. Und sie sind alle wahnsinnig stolz auf mich, egal was ich mache. Und es ist so herzig. Aber meine Familie hat auch ihre Berufslehre gemacht, höchstens. Ich bin unglücklich, wenn ich arbeiten kann, wenn ich meine Sachen machen kann. Aber während der Semesterferien, wenn ich nicht viel zu tun hatte, mir war so lange, ich wusste nicht, was mit meiner Zeit machen. Wenn ich zu wenig zu tun habe, dann fahre ich einfach durch. Ich habe das gerne. Und ich finde hier schön, dass es, vor allem touristisch ist, alles ist im Hauptgebäude. Es ist sehr nah beieinander. Und man kennt sich zum Teil. Man kennt die Frauen, die in der Mensa arbeiten. Und es war so eine Art familiäres Umfeld. In einer relativ grossen Uni. Es hat so eine gewisse Gemütlichkeit, die angenehm ist, die ich gerne habe. So. Ja. Ich habe geschlossen. Das ist so eine Runde. Entsche. Bis zum nächsten Mal.